Ja, moin sind meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans auf meinem Kanal Matze. Und wie ihr seht, wurde ich auseinandergenommen, wobei es ging sogar noch, aber ihr seht, es wurden fast alle Bomben aktiviert, also sind die gut platziert. Und ja, in dieser Folge möchte ich hauptsächlich mal ein bisschen auf das Thema Clan eingehen. Warum? Weil wir derzeit noch das Problem haben, dass wir relativ viele inaktive Leute im Clan haben und das ist halt nicht so schön. Deswegen wollen wir da in Zukunft dran arbeiten und alle, die inaktiv sind, fliegen jetzt, ja, man kann sagen, regelmäßig raus. Denn ich werde jetzt immer nach dem Clankrieg gucken, wer war aktiv, wer war inaktiv und dementsprechend, huch, fliegen dann halt der ein oder andere raus. Ich weiß, einige von euch haben vielleicht nicht so die Zeit, keine Ahnung, aber da wir den Clan halt auch mit ein bisschen, ja, Disziplin betreiben wollen, muss man dann halt sagen, gut, dann reicht es halt nicht für diesen Clan. Es gibt ja viele Clans, die das eher so just for fun und die betreiben das nicht so richtig ernst. Ich möchte es aber ernst betreiben, das heißt, ich möchte halt auch gerne, dass der Clan sich richtig nach oben arbeitet, vielleicht sogar ein bekannter Clan irgendwann mal wird und der Weg ist noch sehr, sehr weit. Also es ist quasi das Ende nicht mal in Sicht und nicht mal ansatzweise. Aber so soll es sein. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Findet ihr es richtig, das Ganze streng anzugehen und halt die inaktiven Leute zu kicken? So habe ich bei Clash Royale auch gemacht. Ey, voll so ein Frosch im Hals. Und das hat gut funktioniert. Also mittlerweile haben wir einen wirklich, wirklich guten ersten Clan und derzeit arbeiten wir sogar schon bei Clash Royale am zweiten Clan. Und hier kriegen wir bisher noch nicht mal den ersten Clan zum Laufen. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Clash of Clans ist ein Spiel, das halt schon sehr, sehr alt ist. Und sicherlich viele Leute haben irgendwann mal einen Account gehabt und sehen dann von mir ein Video und gehen dann mit ihrem alten Account rein, den sie aber gar nicht mehr richtig spielen. Aber ich finde, Clash of Clans hat ein sehr, sehr gutes Langzeitfeeling vom Spiel her. Denn ich finde, Clash of Clans macht mir mittlerweile mehr Spaß als Clash Royale. Clash Royale war am Anfang sehr, sehr spaßig. Hat dann, ja, mehr oder wenig stark nachgelassen. Und bei Clash of Clans ist es so, es wird von Zeit, desto weiter man ist, desto geiler wird es in meinen Augen. Und, ähm, ja, wenn ihr das aktiv betreibt und da Bock drauf habt, dann kommt in meinen Clan rein. Ihr wisst, wie ihr ihn findet. Wer es noch nicht weiß, den zeige ich jetzt auch noch einmal. Wir haben ja hier meine gute Clanburg. Und ihr findet den Clan unter entweder diesem Kürze hier oder einfach suchen Matze. Und zack, da ist er schon, ne? Da ist er schon, 32 Mitglieder haben wir derzeit, wovon sehr, sehr viele Inaktive sind, die auch gleich rausfliegen werden. Also es werden wieder Plätze frei. Das heißt, es können gut und gerne 20, 30 Leute wahrscheinlich reinkommen. Äh, wir haben auch ein paar, ich hab mal wieder ein paar, ähm, ich hab auch mal wieder ein paar Leute eingeladen, die mir mal Freundschaftsanfragen geschickt haben. Freundschaftsanfragen könnt ihr mir auch gerne schicken. Dann lade ich euch auch gerne in den Clan ein. Mich findet ihr über dieses Kürze, über dieses Kürzel und, äh, über diesen Kürzel. Besser. Ähm, und dann könnt ihr mich hinzufügen. Ihr seht schon selbst, ich hab hier richtig viele Leute. Aber viele sind halt auch schon im Clan, da kann ich nichts machen. Aber, ähm, ja. Leider, wir hatten ja sogar mal Clash with Cotty im Clan. Der hat sich sogar richtig Mühe gegeben, aber damals war ich noch gar nicht so aktiv dabei. Also damals hab ich, ähm, gedacht, ich lege eher den Fokus auf Clash Royale. Mittlerweile ist es anders. Ich will lieber den Fokus mehr auf Clash of Clans legen, wobei Clash Royale trotzdem fast täglich ein Video kommen wird. Aber, ähm, falls er es sieht, falls er noch Bock hat, vielleicht es nochmal zu probieren, er ist herzlich willkommen. Und, ja, ich würde sagen, ähm, ja, alle Leute aus meiner Freundschaftsliste sind herzlich eingeladen, hier wieder reinzukommen. Oder, viele waren auch gar nicht drin, die haben mir einfach nur eine Anfrage geschickt, weil sie vielleicht feste Clans haben. Ihr müsst natürlich ihn auch nicht verlassen. Ähm, das ist auch kein Problem. Ja, das war erstmal die, das fette Intro dazu. Ähm, und, ja, was soll ich jetzt sagen? Ich möchte jetzt erstmal noch ein paar Angriffe starten, denn wir haben gerade wieder Energie. Ich zeige euch allerdings erstmal kurz den Clankrieg, wie der Clankrieg gelaufen ist. Der Krieg ist zu Ende. Wir haben auch verloren, ja. Hatte ich auch erwartet. Ähm, wir können uns ja auch meine Angriffe, glaube ich, sogar mal reinziehen. Ähm, gucken wir mal. Wir machen das alles im Schnelldurchgang, ne. Also, wir gucken uns die Angriffe einfach und schnell an. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob man meinen Angriff noch sehen kann, den ich verkackt habe, weil den hat dann noch jemand anders gepackt, den Typen. So, ich war sechs und hab es mit sechs probiert und hab sechs auch mit zwei Sterne geschafft. Oder mit zwei Sternen geschafft. Aber das Problem war sogar, ich hatte nicht genug Ressourcen, um mir ein richtig geiles Team zusammenzustellen. Ich hab's dann mit so einem improvisierten Team, sag ich mal, versucht. Ihr seht hier, ich hab natürlich die Riesen reingeschickt und hab dann versucht, hier unten alles wegzuräumen, weil ich gesehen hab, dass er hier unten dann keine Defense mehr hat. Und so konnte ich dann hier unten halt den Rest so auseinandernehmen, ne. Ich hab mir alles, ich mach das jetzt mittlerweile öfter so, ich such mir dann die Punkte raus, wo ich sehe, dass meine Einheiten da rankommen, ohne zu sterben. Ne. Und das hat ganz gut funktioniert, ihr seht es selbst. Krieg ich sogar, ich krieg die Base, glaub ich, sogar. Und das ist noch ein guter Punkt. Hier hab ich noch die Clan-Burg dazu geschickt. Und die Base bringt, glaub ich, fast immer den zweiten Stern. Ich weiß gar nicht, ob das so Standard ist. Wir haben hier auch die beiden, ähm, ja, die beiden, ähm, Goldlager bekommen. Ja, also war für mich ein gelungener Angriff, vor allem weil der Gegner war schon stark für mich. Der war schon ein bisschen stärker, würde ich sogar sagen, als ich selbst. Und, ähm, das war dieser Angriff. Wir können jetzt nochmal zur Kriegskarte zurückkehren. Ich weiß nicht, ob wir den anderen Angriff uns noch reinziehen können. Hier nicht. Ich hab's nämlich wirklich mit der 5 probiert. Ähm, wir können das aber, glaub ich, hier über die Kriegsereignisse sehen. Warte mal. Du, du, da. Da, 47%. Das war auch knapp. Ich hab's ähnlich probiert, hat aber da, äh, guck mal, er hat schon echt, ja, von den Mauern her zwar nicht so krass. Ich dachte, ich krieg den, weil der hier hinten Scheiße gebaut hat. Also, weil der hier nur so Gammeltower quasi drin hatte. Und ich dachte, ich krieg ihn. Aber ich hab einen Fehler gemacht. Und zwar hab ich die Riesen alle hier reingeschickt. Und, ähm, ja. Und dann war hier so eine Skelettfalle. Und die hat mich fertig gemacht. Weil die Skelette konnte ich nicht platt machen, dadurch, dass ich hier keine Einheiten schicken konnte. Weil die sonst draufgegangen wären. Und die Einheiten brauchte ich noch für hier hinten. Und, äh, hier setze ich sie auch, glaub ich, gleich rein. Hier hab ich auch ein paar noch reingesetzt. Mach das jetzt mal schneller. Hier, und hier hab ich jetzt den Rest reingeballert. Und da hab ich dann halt Gas gegeben. Da hab ich wirklich versucht, dann alles reinzusemmeln, damit ich die hier wegbekomme. Und dann halt mir die paar, äh, Tower da hole. Aber es ist noch nicht mal mir gelungen, den hier noch wegzubekommen. Das wär gut gewesen. Weil dann hätte ich auf jeden Fall noch, ja, wär ich hier noch ran, hier noch so rangekommen. Ja. Ist dann nicht, hat dann nicht so geklappt. Äh, war knapp. War wirklich knapp. Ich hab dann hier noch versucht, so mit den letzten paar Einheiten ein paar Sachen zu kriegen. Da hätte ich mir auch mehr aufheben sollen. Weil die das nicht mal mehr richtig, doch, schaffen die das bei, doch, die schaffen das, glaub ich, sogar beides noch. Ja. Aber, ja. Hier hätte ich nämlich den auch noch kriegen können. Und hier hätte ich auch, den hätte ich auch noch kriegen können. Und den, dann hätte ich auf jeden Fall die 50% geschafft. Und dann hätte ich auch einen Sieg gehabt. Wäre zwar kein geiler Sieg gewesen, aber ich weiß, dass einige im Clan viel zu weit unten angegriffen haben. Und somit wollte ich es besser machen. Und wollte halt einen stärkeren Platz machen für die anderen. Oder anstatt der anderen, die, ja. Das klappt halt teilweise im Clan noch nicht so gut. Das sind so die Dinge, die wir verbessern müssen. Und, ja. Ähm, falls ihr das geil findet, kann ich in Zukunft auch gerne öfters mal die Kämpfe von euch zeigen. Oder von den anderen zeigen, wie die so ausgegangen sind. Allerdings schaffe ich das jetzt nicht mehr ganz so in dieser Folge. Folge, aber vielleicht in der nächsten Folge. Ähm, und, ja. Ich würde eine Sache, eine Sache würde ich auch noch gerne einfügen. Und zwar, ähm, so als, da kommt, ihr könnt quasi in die Videos reinkommen, indem ich, ich schreibe jetzt während eines Videos, sagt, hallo YouTube. Und dann könnt ihr natürlich einfach Hallo sagen. Und dann seid ihr halt quasi aktiv im Video mit drin. Ähm, und das ist, finde ich, eine ganz lustige Idee. Die werde ich wahrscheinlich in Zukunft öfter umsetzen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und, äh, einen Daumen nach oben geben, wenn ihr das feiert. Wenn ihr mein Stuff allgemein feiert. Und jetzt wollen wir aber noch mal ein paar Angriffe durchziehen. Ich glaube, wir schaffen sogar gar keine zwei Angriffe mehr. Oder es wird halt eine extra lange Folge. Macht auch nichts. Scheiß drauf. Und, ähm, ich überlege gerade noch, was ich upgraden soll. Ich habe halt einen Arbeiter wieder frei. Ja, den Tesla kriege ich noch nicht. Wir haben auch endlich ein, äh, schwarzes Elixierlager. Äh, oder dunkles Elixierlager. Das war sehr, sehr wichtig. Damit wir demnächst irgendwann, ähm, den Barbarenkönig bauen können. Und da habe ich schon richtig Bock drauf. Da freue ich mich richtig mega drauf. Ähm, das werden wir jetzt in Angriff nehmen in Zukunft. Und, ja, was kann ich jetzt noch? Verteidigungstechnisch kann ich eigentlich nichts mehr bauen. Das heißt, Armeetechnisch kann ich eigentlich auch gerade nichts bauen. Ressourcentechnisch kann ich auch nichts mehr bauen. Ja, was bleibt uns übrig? Was können wir machen? Äh, hatte ich mir nicht eigentlich Gedanken gemacht? Wo sind meine Gedanken nur hin? Den hier unten habe ich jetzt auch schon gemacht gehabt. Ja, noch mehr R kann ich gerade nicht. Also Anti-Air-Defense kann ich gerade nicht ausbauen, weil halt schon zwei aktiv dabei sind. Das wäre scheiße für die Verteidigung. Wenn jetzt der Nächste mit R ankommt, dann habe ich gar keine Chance mehr. Ich glaube, einen Mimenwerfer wollte ich mir vornehmen, weil einer ist nur Stufe 3, genau. Und der braucht dann zwei Tage. Den hauen wir auf jeden Fall mal rein. Und später wird noch was anderes fertig. Und zwar, babababam, ja, hier. Der Bogenschützenturm wird fertig. Und da kann ich dann auch noch irgendwas reinhauen. Das werden wir dann sehen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mal einen Angriff. Habe ich hier eigentlich noch irgendwelch erhaltener Kriegsbonus? Kannst du den Kriegsbonus in deiner Schatzkammer einsammeln? Nur so wenig? Ich hatte doch viel mehr. Kriegt man nicht den kompletten, wenn wir verkackt haben? Weil ich hatte irgendwie 300.000. Oder wird das aufgeteilt? Weiß ich gar nicht. Hm. Auf jeden Fall wäre der hier. Hier habe ich jetzt auch schon 211.000. Also da können wir auch noch was machen. Hätte ich sogar doch schon den Tesla machen können, ne? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber jetzt gibt es zur Zeit auch wieder einen Sterneboni. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Hier gibt es wieder zweifachen Sternebonus. Das heißt, ich kassiere hier 240.000 Gold und 240.000 Elixier ab, wenn ich gewinne. Und das ist so schon mal ganz nett. Also ey, wenn ich die Sterne voll kriege. So, ihr sagt Hallo YouTube. Und jetzt schreiben hier die Leute nur Hi Matze. Aber es ist auch was Neues. Die haben es jetzt noch nicht ganz gecheckt, wie ich das meine. Ähm, aber... Oder sie meinen das einfach so. Und ich sage, wir greifen jetzt aber erstmal kurz die Gegner an. Bevor die Folge ultra lang wird. Und dann suchen wir mal einen Kampf. Ja, das ist zu wenig. Das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig, meine Freunde. Das ist mir zu wenig. Das hier ist auch zu wenig. Und dafür ist er viel zu gut. Als dass ich da für so ein paar Kröten reingehe. Der hier ist gar nicht so übel. Den könnte man eigentlich in Angriffen nehmen. Ist zwar nicht der Hammer, so. Aber... Ah, ne. Ist mir doch noch nicht genug. Das ist immer das Problem. Das dauert manchmal echt lange, bis man was Gutes gefunden hat. Und bei manchen sehe ich auch immer direkt so, nö. Das wird sowieso nix. Das wird zu... Der ist viel zu hart. Der ist viel zu hart. So, der hier hat auch ordentlich Ocken. Ah, ne. Der ist viel... Nein. Nein, ich Idiot. Jetzt muss ich es machen. Scheiße. Das war nicht klug. Na ja. Dann müssen wir es jetzt angehen. So, hauen wir erstmal den mit rein. So, da kriegen wir schon mal... Drei Sachen weg. Oh. Ich glaube, die Healerin kommt von hier noch ran, ohne getroffen zu werden, oder? Scheiße. Und die kämpfen sich jetzt in die Richtung, in die sie sich eigentlich nicht kämpfen sollen. Ja, sehr gut. Das ist noch gut. Ja, jetzt kommt die Luftabwehr. Aber warum greift er denn die hier direkt, die Leute an, ey? Scheiße. Das läuft nicht gut, meine Freunde. Das läuft nicht gut. Was wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen können, hier. Okay, da kommt er ran. Ah, scheiße, da ist die andere Luftabwehr. Ich habe es ein bisschen verkackt, ich weiß es, Leute. Ja, da kommt er da ran. Ich glaube, wir kriegen trotzdem... Wir müssten eigentlich... Oder kriegen wir das noch hin? Ja, scheiße. Da kommt er auch ran. Das fehlt doch nicht mehr viel. Komm schon. Alter. Das ist bitter. Warum haut da noch ein paar Sachen weg, sodass wir wenigstens die... 50% kriegen? Komm. Nee, das wird nix. Das wird nix. Ja. War leider ein misslungener Angriff. Oh Gott. Und wir haben gar nichts gekriegt, ey. Mega verschont... Mega verschissen. Das war aber auch aus Versehen. Ich hätte den niemals angegriffen. Das war nämlich klar. Deswegen hätte ich ihn auch niemals angegriffen. Naja, Leute. Das war es aber erstmal mit dieser Folge. Den anderen Angriff werde ich dann nicht aufnehmen. Denn ich brauche volle Konzentration. Nein, Spaß. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass die Folge sonst einfach ultra lang wird. Und ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und tretet alle. Alle aktiven Leute. Tretet dem Clan bei, bitte. Und ja, ich würde sagen, bis dann. Ciao.